Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau und alle Gefangenen bescheiden. Alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Ich stehe da hier unten. Nicht nur eins. Mitri und Nikolai sind auch tot. Heilige Scheiße. Hat jemand Boris informiert? Boris. Ich glaube nicht, dass er weiß, was los ist. Hilfe schnell! Ey! Hab ich den jetzt getroffen? Okay. Mir war gerade so, als wenn ich den verfehlt hätte. Naja. Oh. Was weiß ich da denn jetzt so? Äh? Äh? Hä? Schatzkammer. Wah! Da schießt jemand Na klar schieß ich gut Allerdings Verträgst du ganz schön viel Kugeln So was ist denn jetzt hier hinten eigentlich so schönes Ich seh mich mal hier rum Eigentlich müssen wir hier gar nicht hin Aber hier ist es so schön Oh und ein Volk Cool Errungenschaft freigeschaltet Die Tassen voller Cash Juhu Oh Eine neue Errungenschaft Juppie Haha Wie ich freue Mann Ist denn nur eine Errungenschaft Was besonderes Mann 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 Okay Weiter kommen wir jetzt hier aber auch nicht War doch da oben hin Wow Ja ansonsten Ich schätze hier nichts weiter Hier unten Nie Gut dann geh ich mal Vorne gucken Felsen hier Komm mal nicht rauf Mann So was ist diese Glas klaren Wasser Wie schön Wie schön Wie schön das hier ist Oh Nicht ein Äh Werkgrab Oder Wie hieß es denn mal Hügelgrab Genau Auch ein paar Bomben Genau Kabumm So ich will jetzt hier rauf Wo ist der Eingang Da oben Und wie Zack Und hoppala Und Ups Und So So Die Schrot Ausgeholt Und Weiter Da unten Ist nichts Wie schön Ach Einfach nur Toll So Da kommen glaube ich mal Keine Feinde mehr Äh Nach oben Wie das macht's Wahnsinn So Gleich haben wir es Geschafft Wieso kann ich hier runter Wieso kann ich hier runter Was ist Was ist da Wieso Ich will es jetzt nicht riskieren runter zu fallen Aber irgendwie Frage ich mich warum man hier so weit runter kann Um dann wieder rauf zu kommen Hier Hm Oh Da hinten Alter da läuft so was Ähm Wo komme ich da denn jetzt rein Kann ich das denn spüren Ich hab die Leertaste gedrückt Und da schießt sie auch Okay Leertaste ist wohl äh Dauerschuss Okay Gut jetzt muss ich Da hinten Von hier aus kann ich jetzt da Ne geht auch nicht Von hier aus Ja Okay Wo sind die ganzen Kinder hin Ja Noch ein Name Vorsichtig ins Holz geschnitzt Coco Coco Oh Wie süß Coco Coco Schöne Lok Mal sehen ob wir die Waggons noch finden So Ja dann kann man weiter So ich muss nach oben Ähm Nach oben So Wie Wie Okay Das muss gereichen Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker Nur keine Sorge Wir sagen ja er ist durchgetriegt Und gesprungen Aber du hast ihn erschossen Details man Die finden doch nicht mal seine Leiche Verdammt Bruder Warum musstest du das tun Er hat sein Maul nicht gehalten Hat mich wahnsinnig gemalt Sonnenkönigin hier Sonnenkönigin da Immer nur beten und singen Unerträglich Umhauen hätte gereicht Ich bin durchgetriegt Das passiert hier ziemlich schnell Schon Aber du musst das kontrollieren Halt einfach den Mund wegen der Sache Okay Ja klar Okay Dann Bring ich sie mal beide zum Schweigen Hey Weg mit dir Los Lol Weg ist er Hey Wo ist denn der Da hat ein Liter Oder Doch da liegt er Alter Schon krass Ach ja Oh wieder ein geheimnis Grab Wow Das da unten hab ich immer noch nicht gemacht Hm Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein Okay Woher weißt du das Lever Hast du das schon ausprobiert Hm Ich weiß gar nicht Kopfstützen Wie soll man das benutzen Boah alter Ne Ist auch nicht so mein Fall Deshalb Ist mir das auch völlig egal Achso Hier geht's wieder raus So Dann werden wir mal das Grab untersuchen Wahrscheinlich wieder so ein Bunker aus dem zweiten Weltkrieg hier Frage ich mich zwar warum die hier auf dieser Insel sind Ziemlich unlogisch Alter Sind wir so Sprengköpfe Oh alter Und warum geht's denn wieder so tief runter Oh da oben So Noch weiter Okay Und hier war wahrscheinlich überhaupt nichts War Komm mal wieder hier an Genau So Unten Oben Oben Sehr schön Und da war wieder eine Schatulle Da Da ist ein Bild von zwei Mädchen Diese Brieftasche gehörte einem Pfad Die Namen auf dem Bild Shit Millie und Coco Ich habe ihr Spielzeug gefunden Was ist mit dieser armen Familie passiert Die arme Familie Astoria Charlie Millie und Coco Der kleine Junge Coco Und die Und die Äh das Mädchen Millie Sind mit dem Flugzeug hier angekommen Vielleicht Vielleicht finden wir das ja irgendwo Hier ist noch ein bisschen Geld Aber ach Was soll man damit Hm Vielleicht finden wir das Flugzeug Müssen wir mal ein bisschen Uns umsehen nochmal So ein blau-weißes Flugzeug Mal gucken Ach die arme Familie Die armen Kinder Millie und Coco Das ist die Lüge Ramponiert hier alles Oh Mann Oh da ist ein Stuhl Oh da ist noch einer Oh da ist noch einer Oh Und Lagerplatz Das überflutete Gewölbe Kommandogewehr Ah cool Eine Verbesserung Yeah 100% für das Gewehr So wir können jetzt alles aufwerten Oh krass Splittergranaten Ja Geile Sache Ähm Präzisionslauf Eine Eine individuelle Laufmodifikation Die die Projektiergeschwindigkeit Und so Den Schaden erhöht Achso Freisheit natürlich Was Wir haben nur noch 400 Punkte Nein Nein Wir haben keine Punkte Alter 500 Boah Visier Ah krass Erhöhnt den Zoom Und verbessert so Okay Visier Brauch ich nicht vorlesen Man weiß was das ist Alter wir brauchen noch so viele Punkte Oh gods Fast 100% Gut Hier finden auch noch ein bisschen Bei der Pistole Bei der Schrot fehlt noch ein bisschen Und beim Bogen auch noch mal Ein bisschen Da fehlt also noch eine ganze Menge Achso ja Und die Fähigkeit übrigens Achso geil Das ist Werfen sie ihren Feinden Stein und Dreck ins Gesicht Um sie Anflieger für ihr Angriffe zu machen Wenn die vor mir stehen Dann schieße ich mit der Schrot Oder ich greife sie direkt mit meiner Stemmachs an Ich brauche das nicht Ähm Zuhause ich belohnen Brauchen wir jetzt definitiv Meistern So mit dem Boom Alter wir brauchen mehr Bergungsgut Oh